Rosi? Weisst du, ich darf das nicht essen? Warum nicht? Nein, solche Medikamente darf ich nicht schrien essen. Ja? Was passiert, wenn du das isst? Aber dieser kleine Stück macht mir nichts. Das ist nicht gut. Darfst du keine Vitamine mehr essen? Nein. Zitron schon und Orange, aber... Ohne Salz und ohne Geschmack. Ohne Salz und ohne Geschmack. Wenn ein Essen nicht gut ist, dann sage ich in Tschechen, das ist Neslanine Masni. Das heisst, nichts salzig ist nicht fertig. Ohne Salz und ohne Geschmack. Ja? Bist du Aroma? Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Ich habe gesagt, warum er die Konflikte hat. Ich habe keine Probleme mit Leuten. Ich habe keine Musik. Ja, das ist ja so. 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 Das ist ja so.